Und wenn einer mal verfügbar ist, dann holt ihr ihn euch. Wenn er nicht verfügbar ist, dann holt ihr euch einen anderen. Das ist auch eine Sache, die hätte ich auch am Anfang nennen können. Ich finde eh, du kaufst dir nicht einen Kopf. Kaufst du den nicht. Du kaufst dir 5, 6 Köpfe. Du kaufst dir vielleicht eine Pfeife. Aber du kaufst dir 5, 6 Köpfe, um Abwechslung zu haben. Hallöchen, liebe Shisha-Freunde. Heute mal zu einem Video, was ich hätte schon öfter, oder beziehungsweise nicht öfter, schon früher bringen können. Und zwar die besten Köpfe für mich auf dem Markt. Welcher Kopf ist für welches Setup für mich der beste, beziehungsweise der Favorit in der Reihe? Viele haben gebracht Oblaku-Alternativen. Man kann hier auch vielleicht ein paar Oblaku-Alternativen sehen. Ich kann es bloß langsam nicht mehr hören mit diesem Oblaku. Es ist so ein allgemeines Video, was sind für mich die besten Köpfe auf dem Markt? Und es ist einfach nur ein Video, was ich auch immer dann im Stream verlinken kann und dann sagen kann, guckt euch das verdammte Video an. Ich werde in dem Video alle Setups behandeln, die so gängig sind, oder beziehungsweise die dreigängigsten. Das heißt Kamin-Setup, das heißt Alufolien-Setup und das heißt Smokebox-Setup. Die drei und die drei wird es heute gehen. Und meine Favoriten dort, meine Favoritenköpfe, die stehen ja auch schon beisammen. Ich möchte aber direkt sagen, sollte jemand kommentieren, wie nach dem Motto, ey, Kamin-Setup ist scheiße, wird einfach grundlos gelöscht. Ich bin offen für alle Setups. Ich verurteile keinen, weil er jetzt nicht mit Smokebox raucht, weil ich es jetzt nun mal sehr häufig mache oder eigentlich nur noch mit Smokebox rauche. Und möchte jetzt keinen verurteilen, weil er jetzt noch mit Kamin raucht oder mit Alufolien-Setup. Jedes Setup ist willkommen. Kein Setup ist scheiße. Jedes Setup hat seine Vor- und Nachteile und wenn einer nicht mit Smokebox klarkommt und lieber mit Kamin rauchen will, dann raucht er gerne mit Kamin. So, das ist die einfache Mathematik so. Das ist halt, ich verurteile keinen, jeder Setup ist gerne willkommen und ich helfe auch gerne bei jedem Setup weiter. Und das wird sich auch weiterhin nicht ändern und werde jetzt nicht direkt sagen, öh, du musst jetzt mit Smokebox rauchen, nur weil jetzt Smokebox das große Ding ist. Ich verstehe es auch ganz klar, dass ein Anfänger für mich ist Kamin weiterhin. Da könnt ihr mich gerne darauf totnageln. Kamin-Setup ist für mich das beste und einfachste Setup, um anzufangen. Das ist das einsteigerfreundlichste Setup. Und dabei wird es bleiben, weil es hat 15 Euro und keine 60 Euro für den Kalout plus 25 Euro für eine Smokebox. Also kein Anfänger wird am Anfang 80 Euro rausgeben. Aber wie gesagt, das möchte ich nur von vornherein sagen, da es gefühlt so mittlerweile so einen kleinen Setup-Hate gibt. Ich kriege immer ein paar Nachrichten, ey, wie kannst du denn jetzt mit Kamin deine Traube rauchen? Das raucht man mit Funnel und Smokebox. Ich werde so weiter rauchen, wie ich immer rauchen werde. Und werde das so rauchen, was ich so rauchen werde. Deswegen kein Front gegen irgendjemanden und ich möchte natürlich auch kein Hate hier drunter haben. Das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Fangen wir einfach mal an. Und zwar fangen wir direkt mal an mit dem Kopf, der für mich im Kamin-Setup der Nonplus-Ultra-Kopf ist. Der gute, alte KS-Apo. Der KS-Apo bleibt für mich der beste Kamin-Aufsatz-Kopf. Wenn man den Ganzen noch einem Sieb spendiert, so ein kleines Siebchen hier, dann hat man keine Probleme mit dem Kopfbau, finde ich. Du hast kein Verstopfen von den Löchern. Du hast immer Durchzug, Kamin noch drauf und fertig ist das Ding. Einfach reinfallen lassen, den Tabak ganz leicht, baut sich mega easy. Finde ich vom Bauen, vom preislichen her ist der KS-Apo auch in Ordnung. Ist ein Steinkopf, das Ganze. Alternativ zum KS-Apo will ich noch den türkischen Tonkopf nennen. Beziehungsweise man sagt türkischen Tonkopf dazu. Ich finde aber eher, das ist ein normaler Tonkopf, der ein festeres Material hat. Einfach aus dem Grund, warum nenne ich genau den einen Tonkopf mit festerem Material. Bei manchen Pfeifen sind immer gerne so eine Billig-Tonköpfe bei, die relativ simpel sind. Und du merkst einfach schon einen Gewichtsunterschied. Das ist viel dünneres Material, auf ganz dünn hergestellt. Und das ist viel dickeres Material. Damit rauche ich sehr, sehr gerne. Meine Traube ist auch mein Traubenkopf da. Ich finde, Traube schmeckt mir persönlich am besten mit Kaminaufsatz. Und ja, wird sich auch, denke ich mal, nicht ändern. Und ja, deswegen empfehle ich da so einen türkischen, sagt man türkischen, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall einen Tonkopf mit dickerem Material. Um genau zu sein, ist das der von Kolonial. Der Tonkopf fällt mir sehr, sehr gut das Teil und man merkt da einen Gewichtsunterschied. Ich sage mal, wenn man jetzt sagt, okay, wie unterscheidet man das Ganze? Wenn bei einer Pfeife ein Tonkopf dazu ist, ist es meist ein dünner einfacher. Du hörst das alleine, wenn du schon von streichst. Der hört sich sehr, sehr hohl an, wenn du darüber streichst. Weiß nicht, ob man es hört. Man hört schon so ein hohles Geräusch, weil das Ding gefühlt wie hohl ist. Und das ist definitiv besseres Material oder dickeres Material. Weil das sind so die drei oder die beiden, eher gesagt, sind die einzigen, die ich wirklich am Kamin empfehlen kann und die da für mich die beiden besten sind. Kommen wir mal zum Alufolien-Setup. Alufolien-Setup ist ein bisschen schwierig, da im Grunde kannst du jeden Kopf mit Alufolie rauchen, da Alufolie nicht eine Kopflimitierung vom Durchmesser hat. Also ein Kopf kann sehr, sehr schmal sein, ein Kopf kann auch sehr, sehr breit sein. Bei Kamin darf der Kopf nur eine maximale Breite haben, es gibt irgendwann nicht einen riesenbreiten Kamin. Und bei Smokebox ist das genau das Gleiche. Aber ich möchte trotzdem einen, beziehungsweise in Anführungsstrichen zwei nennen. Und zwar den Huka John 80 Feet. Er bleibt für mich der beste Kopf im Alufolien-Setup mit Abstand zu allen anderen, weil er einfach perfekt performt. Ich habe nicht alle Köpfe, die ich jetzt hier aufnenne, auf Alufolie probiert, muss ich sagen. Aber ich habe so viele Köpfe auf dem geraucht, dass ich einfach sagen kann, das ist, ich hätte mir aber sonst irgendwann mal einen anderen genommen. Es ist der Huka John 80 Feet Somo Edition im Expliziten, der 80 Feet. Aber ich kann auch noch den 80 Feet 80 sagen, der hat ein bisschen flaches Depot. Warum nenne ich den 80 Feet 80 dazu? Weil der 80 Feet limitiert war, von dem gibt es keinen mehr zu kaufen, von den Huka John 80 Feet Somo Edition. Es gibt aber auch noch den normalen Huka John 80 Feet. Den gibt es natürlich auch noch. Der weiß ich nicht, ob der limitiert war. Aber auf jeden Fall gibt es auch noch den 80 Feet 80, der ist generell gar nicht limitiert. So, aber der 80 Feet im Grunde war limitiert. Ich weiß es auf jeden Fall bei der Somo Edition. Beim normalen Huka John weiß ich es gerade nicht. Aber auf jeden Fall kann ich auch den 80 Feet 80 empfehlen. Der ist auch auf jeden Fall ein guter Kopf. Der hat nur ein bisschen flacheres Depot als der normale 80 Feet. Und ja, gefällt mir auch ganz gut auf Alufoie. Ich hatte den auch mal, hatte den mal getestet. Und ich habe meinen aber dann weitergegeben, weil ich mit dem 80 Feet im Grunde besser kam. Und ich hatte halt zwei. Und deshalb habe ich dann halt den 80 Feet behalten und den 80 Feet 80. Ich war mal so auf so einem Trip, so wenig Köpfe wie möglich haben. Aber mittlerweile denke ich mir lieber so viele Köpfe wie möglich, weil hast du mir ja zum zeigen für Videos. Und sonst hätte ich euch nur den zeigen können, dann hätte ich ja den weitergegeben. Aber das ist ein normaler Huka John 80 Feet. Den habe ich mir damals aus Amerika mitgenommen, als ich in Amerika war. Ja, das dazu. Kommen wir mal zu den Smokebox-Köpfen, die in meiner Meinung nach am besten performen mit Smokebox. Da fangen wir direkt mal an mit dem Solaris bzw. dem Würstkormier Gorshok. Das ist ein Meerlochkopf, den man sehr, sehr gut für Darkside nutzen kann. Meiner wurde auch sehr, sehr oft für Darkside benutzt. Natürlich kann man den auch für Virginia nutzen. Einfach locker reinfallen lassen in den Kopf. Kleiner Lifehack bzw. kleiner Tipp. Kauft euch so ein kleines Gitter dazu und legt das einfach nur in den Kopf rein. Und schon habt ihr nie Durchzugsverlust, weil du in dem Sinne nie die Löcher verstopfst. Macht sich sehr, sehr gut bei so einem Meerlochkopf bzw. beim Würstkormier Gorshok bzw. generell beim Solaris. Das Ganze sind eigentlich baugleich, die beiden Köpfe. Man könnte jetzt zum Beispiel noch den UPG nennen. Das wäre jetzt noch eine Idee. Den hätte ich jetzt auch noch auf die Liste nennen können. Ich muss aber sagen, also Würstkormier Gorshok bzw. Solaris habe ich zusammen locker so 60, 70 Köpfe mit einem geraucht. Mit einem UPG, den ich auch habe, vielleicht drei oder so. Deswegen habe ich, nenne ich nur im Expliziten den für Carlout bzw. Smokebox. Finden aber sehr, sehr gut für Darkside rauchen. Ist auch ein bisschen anderes Darkside rauchen, als wenn man Darkside im Funnel raucht, finde ich. Ich finde, Darkside schmeckt hier ein bisschen anders. Ein bisschen trockener, roher. Die Russen rauchen ihn sehr oft so oder sehr oft den deutschen Köpfe in den Meerlochkopf eher. Bei Must-Have bietet sich es eher nicht an, den da drin zu rauchen. Aber Darkside kann man hier easy drin rauchen. Natürlich auch alle Virginia-Sorten. Ich habe hier schon einmal Seagr dran geraucht. Ich habe hier schon Holzer dran geraucht. Ja, definitiv ein stabiler Kopf, den ich empfehlen kann. Würstkormier Gorshok-Solaris. Das sind zwei verschiedene Hersteller, aber im Grunde baugleiche Köpfe. Dann möchte ich direkt einen Kopf nennen, den ich gerade oben auf meiner Aladin 470 habe. Und zwar den Telamon Harmony. Ist für mich so ein Kopf, den ich selten irgendwo lese und selten höre und selten sehe. Obwohl ich ihn doch relativ oft nutze. Ist ein Kopf mit Durchzugslöchern am Rand, am Funnel-Loch. Durchzugslöcher kann man dazu sagen, dass du halt, wenn du hochbaust, trotzdem noch ein Durchzug gewährt ist. Ist ein relativ flacher, aber breiter Kopf in meinen Augen. Baue sehr gerne in ihn, weil er auch sehr, sehr leicht zu bauen ist für einen Funnel. Und glaube ich auch noch nicht so ein Funnel, der so auf der Karte steht, wie manche andere, die jetzt gleich noch genannt werden. Und noch nicht so bekannt ist, glaube ich. Also ich glaube ja, ich weiß es nicht. Also ich höre nicht so viel über ihn. Ist auch einer meiner Favoritenköpfe, die ich auf jeden Fall nennen kann. Dann direkt der nächste Kopf ist ein ATH Traverten. Beziehungsweise ist der ATH Traverten Alamut und Ahrat. Der hat so eine Durchzugslöcher auch am Rand. Und hat oben eine Lippe, beziehungsweise eine Kante, um den Callout abzulegen. Und in dem Sinne ist hier sehr, sehr leichtes Noppen- beziehungsweise Vollkontakt-Setup möglich, da er auch sehr, sehr wenig Tabak nimmt. Ich weiß gar nicht, was ich damals raus hatte. 14 bis 17 Gramm oder so nimmt er, was schon wirklich sehr, sehr wenig ist. Und hier ist ein einfaches Noppen- beziehungsweise Vollkontakt-Setup möglich. Auch ein Topf, der auf jeden Fall, Topf, seit wann sage ich Topf? Ist mir jetzt ernsthaft Topf rausgerutscht? Auch auf jeden Fall ein Kopf, den ich mit erwähnen kann, weil hier der sehr tabaksparend ist. Das ist in dem Sinne der Tabaksparen hier auf der Liste. Dann der nächste Kopf hier auf der Liste ist der gute Huka Inlet Lip mit einer sehr, sehr geilen Farbe, finde ich. Das ist der Cool Water. Unten ist das Ganze so ein bisschen wie in Gesteinsfarbe gehalten, so Zementfarbe so ungefähr. Ist ein sehr, sehr geiler Kopf. Verarbeitung, finde ich, geht auf jeden Fall klar. Ist auf jeden Fall ein Funnel, der sich schon sehen lassen kann. Ich muss, glaube ich, nicht mehr dazu viel sagen, weil der Huka Inlet Lip mittlerweile, glaube ich, ein Kopf ist, der so in der Hype-Skala und in der Bekanntheitsskala mittlerweile sehr, sehr weit oben steht. Und das Einzige, was mir nicht gefällt, ist das sehr, sehr große Funnel-Loch beim Huka Inlet Lip. Das hätte man kleiner machen können, da ich das eher mag, wenn du so ein bisschen Widerstand dann merkst, so am Kopf. Viele stehen drauf. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Kopf, der auf jeden Fall Spaß macht. Ich werde mir wahrscheinlich noch einen zweiten zu legen. Ein bisschen Tabaksparender als zwei andere, die jetzt hier noch genannt werden. Aber auf jeden Fall einer meiner Favoriten auch, beziehungsweise auch generellen Favoriten hier auf der Liste. Der nächste Kopf im Bunde ist, witzigerweise hatte ich überlegt, den Kopf rauszulassen, nur um, dass alle dann sagen, wo ist denn jetzt der Kopf? Warum nennst du den nicht? Der ist doch überall ausverkauft. Der muss doch der Beste auf dem Markt sein. Das hatte ich jetzt überlegt, ob ich ihn rauslasse aus dem einen Grund, weil gefühlt wurde schon so viel drüber gesagt. Und eigentlich muss ich nichts mehr dazu sagen, weil ich sage euch ganz ehrlich, es ist ein guter Kopf. Er baut sich schön leicht, er hat ein schmales Funnel-Loch, auf was ich stehe. Verarbeitung geht klar, ist jetzt nicht weltbewegend, aber es ist halt nur ein Kopf. Und es gibt halt auch zig Alternativen. Siehe Telemann Harmonie, siehe Atheatra Werten, siehe Huka Inlet Lip. Es ist der Oblark OM. Und ja, ich weiß nicht, was ich groß noch zu sagen soll, außer, dass ich den Oblarko Mono M besser finde. Aus dem ganzen Einfachgrund, mein Mono M hat locker 100 Köpfe gesehen, sage ich jetzt einfach mal. Und meine anderen Oblarko M's bluten alle. Der blutet nicht, da ich den noch nie verwendet habe. Aber meine anderen beiden Oblarkos, die nicht Monos sind, bluten. Einige haben mir gesagt, bei denen blutet der Mono auch. Das habe ich im Stream so ein bisschen mitbekommen. Aber dieser Mono ist wirklich ein ganz schöner Mono. Genau dieser, genau dieser. Er hat noch nicht einmal geblutet bei 100 Köpfen. Und das finde ich jetzt sehr verrückt. Das ist das Einzige eigentlich, was ich zum Oblarko sagen kann. Außer, es ist ein guter Kopf. Es gibt tausend andere. Seht nicht immer nur ein Funnel, nur weil den jeder hat oder so, weil er überall ausverkauft ist. Ich hoffe, der Hype endet irgendwann, weil man es gefühlt nicht mehr lesen kann. Aber es ist auch gefühlt das erste Produkt so auf dem Markt gewesen, was ich so wirklich mitbekommen habe. Was immer und überall ausverkauft war und wo alle nach hinterher rennen. Es gibt ziemlich andere Köpfe. Ich rauche gerne mit ihm. Ich rauche auch oft mit ihm. Aber das liegt halt einfach daran, weil ich welche habe. Wenn ihr keine habt, es gibt genug Alternativen. Wirklich genug Alternativen. Und ich sage euch so, wie es ist. Und das schreibt euch jetzt bitte dick hinter die Ohren. Nur weil ihr ein Oblarko habt oder eine Nidlip-Tab oder weiß ich was für einen Kopf habt, heißt das nicht direkt, dass ihr Köpfe bauen könnt. Es raucht, es schmeckt und weiß ich was. Du musst trotzdem noch einen Kopf bauen können. Und ich glaube, das ist einigen, die jetzt unbedingt ein Oblarko hinterher rennen, nicht bewusst. Dass man trotzdem noch bauen kann. Und natürlich kannst du auch einen Oblarko-Kopf verkacken. Und ich sage euch ganz ehrlich, natürlich habe ich auch meinen Oblarko-Kopf verkackt. So, der hat ja nicht wirklich geraucht, hat nicht wirklich geschmeckt. Das kann auch mal passieren. So, das ist auch, nicht jeder Tabak ist auch hier kompatibel so. Wo ich sage, okay, der hält jetzt die Hitze aus dann mit dem Kalauter drauf. Aber, wie gesagt, es ist ein guter Kopf. Bitte seht ihn nicht als einzigen Kopf der Erde. Aber wenn ihr euch dann holt, dann holt euch den Mono, weil der blutet ein bisschen weniger. Deswegen hat man den damals hier so beschichtet. Und der ist wirklich, der ist Gold wert hier. Genau dieser hier, genau wie ich ihn habe. Also nicht genau wie ich ihn habe, sondern genau der hier, der hier. Weil der hat noch nicht einmal geblutet. Und das finde ich, Kuss hast du dir vergeben, mein Guter. Der letzte Kopf hier auf der Liste ist der Werkebund Zeuss. Ein Kopf, den ich schon seit längerem feiere und seit längerem mag das ganze Ding, weil er sich relativ einfach auf Kontakt bauen lässt. Auf Noppen- oder Vollkontakt, weil er ein bisschen flacher als ein Oblarko ist. Dafür ein bisschen breiter vom Durchmesser. Er hat ein, zwei Gramm nimmt er vielleicht mehr als ein Oblarko. Aber man kann ihn, denke ich mal, ähnlich bauen wie ein Oblarko von der Grammanzahl oder auch ähnlich wie ein Lit-Lip. Dann hast du aber noch schon ein Stückchen weniger drin. Eher schön Abstand-Setup oder leichter Noppen-Kontakt. Persönlich finde ich den Kopf auch sehr, sehr schön vom Designlichen gehalten. Er ist ein bisschen breiter vom Durchmesser als ein Oblarko. Aber ein bisschen flacher. Deswegen ist Noppen-Kontakt sowie Vollkontakt einfacher. Ich finde der Lestik sehr, sehr gut bauen. Ist auch so hoch wie alle anderen Köpfe. Warum die Höhe? Schön, dass ich sowas immer am Ende sage. Wichtige Sachen. Warum immer die Höhe von den Köpfen? Das heißt immer, dass sie unten dann relativ kalt sind oder kühler sind. Dass man die unten anfassen kann. Deswegen baut man Köpfe mittlerweile in die Höhe. Das hat man früher nicht so oft gemacht. Aber deswegen baut man Köpfe eher in die Höhe. Und das ist für mich auch einer meiner Favoriten hier auf der Liste. Von allen, die auf dem Markt auch sind. Es kann vielleicht sein, dass ich ein, zwei auch vergessen habe. Es kann auch sein, dass sich jetzt eine Leute fragen, wo ist denn jetzt der und der Kopf? Natürlich, Freunde. Habe ich nicht alle Köpfe dieser Welt getestet. Und natürlich habe ich nicht alle Köpfe hier. Das ist das Ding. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Also natürlich kann ich nicht alle Köpfe testen. Aber ich finde, ich habe die relevantesten. Und meiner Meinung nach ist es ja auch meine Liste, Besten auf der Liste. Die für mich Besten. Kann sein, dass ich vielleicht einen vergessen habe. Aber eigentlich habe ich mir da schon ein paar Tage lang Gedanken gemacht. Wie gesagt, das sind so meine Lieblingsköpfe auf dem Markt. Und für mich die besten Köpfe auf dem Markt. Gut, Freunde. Ansonsten. Seht bitte, dass es auch andere Köpfe auf dem Markt gibt, die ich hier mal genannt habe. Reitet nicht immer auf einen rum. Und wenn einer mal verfügbar ist, dann holt ihr ihn euch. Wenn er nicht verfügbar ist, dann holt ihr euch einen anderen. Das ist auch eine Sache, die hätte ich auch am Anfang nennen können. Ich finde eh, du kaufst dir nicht einen Kopf. Du kaufst dir den nicht. Du kaufst dir 5, 6 Köpfe. Du kaufst dir vielleicht eine Pfeife. Aber du kaufst dir 5, 6 Köpfe. Um Abwechslung zu haben. Das möchte ich noch mit dazu sagen. Gut, Freunde. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Schickt Links in der Beschreibung. Checkt auch gerne meine Seite für Gutschein. Kurz für Köpfe. Ansonsten, was ich verlinken kann, kann ich verlinken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dann, macht's gut. Ich wünsche guten Rauch. Der Kopf sollte wahrscheinlich schon gut down sein und nicht mehr gut rauchen. Da ich ja schon einige Versprecher drin hatte und hier locker schon seit 20, 30 Minuten Versuche aufzunehmen. Ja, bis dann, macht's gut. Ich wünsche guten Rauch.